Herzlich Willkommen auf meinem Kanal Muzzle Ich darf es heute wieder in einer neuen Folge Und dann haben wir nebenbei sehr ausvollen Ähm, so Maximilator Sind gerade dabei Wir waren gerade dabei zu kassieren So, hallo Ja, 17 Euro 65 macht das jetzt Ist nicht zu teuer Ja Komm, gib mir Du, 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 du Ich wollte Christian, Rauch, der läuft jetzt weg Sonst knippel ich hier eine drüber Oh, was gibt's da für Lizenzen? Double Lizenzen So Jetzt könn wir viel mehr Sachen kaufen Egal, ja Butter Mehl kommen sie geben sie mir geld ich mag die geld sehr gern wisst ihr das wissen sie wissen sie alle dass ich ihr geld sehr gern mag nächster tag das brot was können wir jetzt alles kaufen neu so mal erdungsbutter feine eines media was kann man kaufen nämlich liefen öl schnell die nun hier haben wir nicht also die Nugeln so Milch mit Wasser was ist bloß spagettinudeln wasser und brot und wasser nur der dritte der dritte brot es ist noch mal warten dass er kommt rechnung so für 15 uhr 4 so 24, 86 so weiter gehts hopp das nächste zieht jetzt erstmal wieder ein Regal was brauchen wir ja zumal wir machen das jetzt mal so was hier noch spielen müsli einmal glaube ich war weichen zucker zweimal mal nehmen wir ursachen einmal das hier hier haben wir viel weg damit so brauche ich nicht einmal so Puller zweimal Pullerzucker zweimal Spaghetti einmal Müsli sag dass der da unten ist ok wo stecken äh bisschen Spaghetti da das ist einmal Müsli nehmen wir doch noch einmal Kaffee und dann das runter so was kann ich denn noch aber ich weiß nicht aber ich weiß nicht hm noch rechts hab schon ja hm das weiß ich denn noch nicht ähm so so wir werden im nächsten Tag rein wir haben fast wir haben auch viel Gewinn gemacht eigentlich so so kaufen wir die Sachen mal ein so so das ist der Reis wir tun wir jetzt mal umstrukturieren nochmal so das können wir die dann eigentlich dann da machen Reis und man sagt sich hier tun wir dann die ganzen so Nudeln Reis und so machen dann dann was ist denn das Tee ich weiß das Tee das ist Tee das ist Schwarztee so 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 hochgeport das wurde ja auch so dann haben wir da noch irgendwas so 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 das und dann haben wir noch dunkeln oder wir sind ja voll alle Preise wo ich sag ja wir haben Preise noch festgelegt hab so jetzt passt alles so 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 mehr sachen ich will nur 50 sechse geld dann hab ich bin ja so kann ich dann schon gehen so raus kommen sie so und ob sie sich ein banken die wand ist mir egal so lange ich mein geld bekommen feines mehl zwei noch feines mehl das normale mehl bräuchte ich noch so jetzt nämlich würde ich mitnehmen so kommen sie hop 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 so hier kieser da 5 6 7 8 9 so sieh 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 ich habe ja auch noch nicht kaufen muss er auch 4, 7, 6, 0. ... 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 Hopp, 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 Meil. Ja, das ist das. Meil. Obp, tre, eins, nove, eins. So, 13, 14. Jo, komm her. Komm her, ja, 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 alles gut. Jo, die Euro, 20, so. So, 40,80 Euro. So, 40,80 Euro. So, rausgeschleidert her. 5,70 Euro. So, 40,80 Euro. Das Bio, ja. Wollte ich, ich brauche Milch. Einmal Milch. Was brauche ich noch? Milch, Öl und Cornflakes. Mehl. Das sind Cornflakes. Cornflakes. Und Reis. Und Reis. Diesen, was hat er denn? Smart, hier weiß man nicht so. Ah, ne, egal. Dann sehen wir, wenn wir heute Folge, wir sehen uns dann wieder bei dem nächsten Tag wieder. Bis dann, ciao, ciao.